Ich renne mal hier hinten rum. Ich komme von hinten. Ich komme von hinten, sagst du? Na, die kommen aber auch von vorn. Oh, ei, 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 ei. Fuck you! Scheiß Hopper. Und ich. Musstest du den unbedingt messen? Ja. Wey, he, 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 he. So, weißt du, was wir jetzt machen? Ich bin Pionier. Wieso Pionier? Nein? Ist ja egal, was wir machen. Wir werden auf jeden Fall jetzt die ganze Zeit zusammen rumrennen. Findest du das gut oder findest du das gut? Händchen haltend oder einfach so, dass wir uns unterstützen? Einfach so, dass wir uns unterstützen. Ich steige bei Holy Crap Ninjas ein. Apropos Händchen halten. Putin hat gesagt, dass man nicht mehr neutral oder positiv in der Öffentlichkeit in Russland über Homosexuelle reden darf. Das weiß ich schon. Das ist aber schon ein bisschen älter, die Nachricht. Jaja, aber jetzt sowieso nochmal, weil die Folge kommt erst in drei Millionen Jahren. Ich wüsste gar nicht, wie ich dann über Homosexuelle reden dürfte oder über Homosexualität. Na, gar nicht. Na doch, negativ dann nur noch. Oder? Oder ist das auch verboten? Ja, nee, das ist nicht verboten. Ich glaube nicht. Negativ darfst du. Jippie! Ich... Oh, ein Blödsinn, ey. Ja, es ist einfach... Ich bin noch nicht drin. Wie? Verschläht! Und bläht! Bläht! Und bläht! Bläht! Ich habe Mail gekriegt vom Chief. Von Pamela. Ich bin da! Ähm... ToadieCrapNingers. Nee, ich bin bei dir jetzt drin. Von hinten werde ich beschlossen. Von vorne auch. Von vorne auch. Na, das ist ja gut. Auf! Danke. Null Prozent. Ich freue mich. Dieses Spiel ist awesome. Stell dir ein Medikit. Das soll helfen. Ah! Die Straße runter und ich bin tot. Sofort. Boom! 100 Prozent. Einschuss, tot. Boom. Und die haben mir hundertprozentig in den Kopf geschossen. So wie ich das immer mache. Aber bei denen hat es zählt. Oh, jetzt. Wusstest du, dass der da durch den Gang gekrochen ist? Ich wusste nicht, wo du bist. Aber ja, wusste ich. Sag es! Ich wusste ja nicht, wo du bist. Ich habe noch keine... Ich bin mal bei Shadow Man, der anscheinend irgendwie Probleme hat. Oh, hast du was gegen Panzer? Nö. Ich habe ein Medipack. Das ist gut. Das dachte ich mir. Ich laufe hier mal quer rüber. Hier rechts rein, oder was? Ja. Mhm. Oh, das war es schon. Ich auch. Hahaha. Ich stelle mal ein Medipack. Ach, gut. Nögal. Irgendwas hat ihn geschossen ab, da hinten. Der wird gemessert. Zack. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Hier sind ziemlich viele. Irgendwie stelle ich nur mir die Packs. Nein! Nein! Bist du tot? Nee. Nee. Au! Von rechts. Ich gehe mal hier in den Laden. Worte sowieso schon immer wieder. Neue Klamm. Oh, das ist ungut. Wieso kommt denn hier jetzt der Panzer? Dieser Delius hängt noch immer in diesem Scheißgang rum. Oh, ich habe wenigstens einen gemessert, Alter. Das. Ja! Ja, der Delius ist jetzt immer noch in dem Scheißgang. Und ich bin bei Holy Crap. Die haben nicht eine Kugel gefressen. Das ist doch wohl nicht wahr. Der Panzer. Hier, repariert den Panzer. Repariert den Panzer. Repariert ihn. Tötet die Menschen. Tötet die Menschen. Tötet die Menschen. Wow. Wie ist uns der Panzer sofort hochgegangen? Willst du mich verarschen? Der war fast voll. Ich check hier gar nichts mehr, Alter. Bist du bei E? Nee. Nee. Da. Mann, Mann, Mann. So viel zu... So viel zu gemeinsam rumlaufen. Tut mir leid. Ich stelle mir einen Medefekt. Und wieder da. Wer hat mich überhaupt erschossen? Keine Ahnung. Was ist? Komm hier rein. Komm hier rein. Wieso kommen denn da so viele auf einmal alle? Alter. Das ist doch nicht wahr. Du darfst nicht immer sofort aufstehen, sondern musst erst mal liegen bleiben und mit der Pistole schießen. Genau, damit ich dann nämlich einen coolen Kopf bekomme und dann nicht mehr gerätzt werden kann. Das macht sehr viel Sinn. Oh, geh runter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, jetzt nur... Hol dich. Hol dich. Oh, ist das eine anstrengende Runde, Mann. Ist das anstrengend, ey. Das ist echt recht belastend. Ich meine... Voll gut. Liegt hier irgendwo was totes rum? Hier soll doch irgendwo was totes rum liegen. Hier liegt überall was totes rum. Ja, aber ich habe... Ich bin ja auch tot. Ey, lass uns mal bitte woanders langlaufen. Lass uns mal bitte irgendwie was anderes spielen. Ich habe noch nicht einen Menschen getötet, Mann. Das ist krass. Ja, ich bin bei D jetzt. Also, wenn ich rein... Ja, da darf ich rein. Ich bin bei D. Alter, ist das doch nicht euer Ernst hier? Oh, was von hinten? Bist du denn von hinten? Bist du denn... Ich hasse diese Menschen. Danke. Nee, das warst du nicht mal. Aber ich... Das gibt es doch nicht. Ich steige bei... Wo warst du? Dora. Ich steige bei Dora ein. Ich steige bei dir ein. So, jetzt gehe ich da oben lang und fiste alle, die da oben rumlungern. Das ist doch wohl nicht, diese Spacken. Geht es überhaupt nicht lang. Hier ist überhaupt niemand. Nee. Wo bist du? Hier. Da. Hi. Hier ist überhaupt niemand. Das war nur ein Typ. Wieso lege ich? Wieso lege ich? Ich habe keine Ahnung vom... Ist das der Panzer oder... Aus dem Container. Aus dem Container. Direkt aus dem Container da. Wieso markiert denn hier niemand? Ich kann den nicht markieren. Wo? Von da links? Tank ist da links. Nee, nee. Da ist noch einer bei den Sandsäcken. Der wird euch auch alle... Gleich hier umnatzen. Was, wo? Was? Der ist tot. Der Tank ist auf unserer Seite jetzt. Also, nicht am Rücken, aber... Ich bin rüber gesprintet. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin gleich da. Ich bin bei Bertha. Ja, ich war Bunny Hopper. Bist du da? Hier ist mindestens einer noch. Ja. Definitiv. Auch in den... Einfach Q drücken auf die Gräser und so. Ich bin... Oh. Heuriger. Nehmen wir gerade B ein, Alter? Ja. Zu 20. Ja, zu 20. Laufen zu A. Hm. Direkter B? Ja. Links Spawnbake. Ja, und bei B ist der Panzer. Und hier ist der Panzer, äh, der... Ja, ich bin tot. Der Wagen. Ich bin so ein Fußgänger daneben. Komm ruhig wieder. Ist der ausgestiegen, Alter? Der ist ausgestiegen. Links neben dir ist er. Hab einen. Ich fahre einfach. Wow. Ich bin... Se... Wie hast du den Selbstmord begangen? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Ich saß in einem Auto, wurde von einer Granate getötet und soll Selbstmord begangen haben. Ich weiß nicht, wie... Naja, du bist ausgestiegen irgendwie. Ja, aber ich hab Selbstmord begangen. Von einer Granate. Ich hab ja nichts geworfen. Ich bin tot. Ach, 320. Bitte. Ja, äh, ist richtig. Aber du bist ausgestiegen. Ja, aber wie soll ich denn von einer Granate Selbstmord begehen? Ja, vielleicht bist du gestolpert und hast dir dein... Ach, was weiß ich, Mann. Ich kann mir doch nicht... ... solche Sachen ausdenken, Mann. So, hier, ah, super. Sag einfach, dass das ein Fehler war des Spiels. Ja, ist es ja auch ein Fehler des Spiels. Ja, mehr wollte ich doch gar nicht hören. Hör doch mal auf, jetzt hier so rum zu pissen. Ah, von hinten. Von same side. Ja, danke. Danke. Oh, ich krieg's auch noch Punkte. Das ist Herz aller. Auto. Woher kam der denn, Alter? Woher kam der denn? Tank. Hier steht direkt ein Tank. Hm, ich hab nichts dagegen. Ich auch nicht. Boah. Ich hab was gegen den Fußgänger hier. Ja, sehr gut. Komm, C4. Irgendwatt. Niemand da, wa? Nee. Ich hab hier den Gang im Auge. Der fährt jetzt hier rein, behaupte ich einfach mal. Oh, weit kommt er nicht. Okay, haut ab. Hm. Noob. Äh? Wo waren wir hin? Ähm, Bertha? Ja. Oh, das war der falsche Weg hier. Na, wir sind jetzt hinterm Tank. So. Der hat uns nicht gesehen. Okay. Aber er hält hier halt einfach rein. Der hält einfach rein. Ja, gut. Aber. Sollt nichts weiter. Bringt ihm halt auch nicht so viel. Hm. Von hinten kommt noch mal aus. Sehr schön. Zu A. Geht zu A. Oh, das Auto kommt durch. Würde ich stark behaupten. Ja. Ja. Bist du ein Gegner? Nein. Der Tank ist fast down. Das ist gut. Fuck, ey. Vorsicht, Mann. Das ist ein Gegner. Aber guck mal unser Squad, Alter. Ganz weit oben. Ich bin zwar der Letzte von uns, aber ich bin oben. Sorry. Komm mal rein. Oh, nein. Okay. Doch. Wenn's geht. Nein. Hauer. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Hinter uns, glaub ich. Ist der kaputt? Ich hab wieder auf dem Fahrzeug. Ich hab wieder auf dem Fahrzeug gehört. Und das war auf der Straße. Ich hab wieder den Gang im Auge. Da ist auf jeden Fall einer ausgestiegen. Ey, die Flaggen nerven manchmal, wenn man zielen muss, Alter. Hat mich am Anfang an genervt. So. Was, Alter? Wo ich tot bin, da ist jemand. Der kommt jetzt. Er kommt jetzt. Hat gerätzt. Er steht noch hinter der Ecke. Da vorne hinter der Ecke ist noch einer. Was? Wo? Ich hab ihn. Achso. Na, sehr gut. Wer da? Ja. Ich geh von oben ran. Vorsicht. Ah, das ist meine. Entschuldigung. Hier ist keiner mehr. Vorsicht, da hat jemand eine Granate. Achso, das war ich. Wir könnten ein A wiederholen. Da kommt ein Tank gerade. Wenn dann auch über die Seenstraße. Seine? Über seine Straße. Über seine Straße musst du gehen. Ah! Das ist natürlich wieder klar, dass er mich töte. Sieben dunkle Jahre überstehen. Guck, drei zu sechs. Und zweiter. Sieben Mal wirst du der Tote sein. Ah, der Tote sein. Aber einmal auch. Ne. Das helle Schwein. Das war ja gar nicht lustig. Das irritiert mich jetzt ab. Bei A sind eine ganze Menge Schweine. Ich versuch. War gesprungen, Alter? Ja. Der ist echt ins Wasser gesprungen, wa? Du wirst gleich von hinten erschossen. Nein. Doch. So, was war das da drüben? A. Was? B? Oh, das ist der Tank. Oh. Bei A. Die nehmen jetzt A ein. Dann, Alter. Oh. Oh, nee. Nicht mehr. Geht zu A. Da sind noch A, Leute. Bei A sind noch Leute, wollte ich sagen. Da sind noch A, Leute. Oh, ich hab den nicht... Ich hab... Guck mal. Bin komo getroffen, Alter. Der Tank ist da. Ja. Deiner, oder was? Jetzt gleich ist es meiner, ja. Na, denn, hau rein. Bitte hau ihm kein RPG rein. Bitte nicht. Oh, was? Der hat mich... Der ist zwar ziemlich schnell. Was? Hat er? Der ist ausgestiegen. Ah. Ah. Ich bin bei A. Wieso schießt du nicht die Leute? Ich bin jetzt erst bei A wieder. Da sind Sniper irgendwo. Fuck. Wer ist da oben? Ich hab einen, aber ich weiß nicht, ob das... Ja, das war ein Sniper. Oh, von hinten noch. Shit. Ich bin... Ich mach ein Schaufensterbummel. Ich hab natürlich das Medi-Pack falsch gestellt. Komm schon. Okay? Okay. Ach, du bist da oben. Ey, das gibt's doch nicht. Immer guck ich in die falsche Richtung. Ich guck immer in die falsche Richtung. Ganz oben ist einer. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Alter. Ja, das gibt's doch nicht. Scheiße, ich bin... Nein. Wo ist denn dieses Fuck-Bieb-Ding? Hier um die Ecke, oder? Das ist ganz oben. Hallo? Komm, kannst du nochmal töten. Hä? Ist das unten irgendwo, oder was? Hier ist er. 100 Kugeln in die Wand geschrotet. Hast du's? Nee. Ich hör's aber immer noch. Der wird dann wahrscheinlich... Hier. Hier um der Ecke ist es. In der Wand? Ja. Nee, in dem Geschäft. Ja. Hier ist jemand gestorben. Am besten seh ich mal nach, was das hier war. Oh, hier ist einer. Wieso seid ihr das alle? Oh, ein Auto. A. A einnehmen. Komm, A einnehmen. Ich glaube, hier ist jemand. Ja, der tankt die Straße weiter. Hallo? Granate? Ich bin tot. Von aus dem Gang konnte einer raus. Er ist tot. Danke. Hier direkt um die Ecke. Ja, lass erst mal einen nehmen. Sonst kommen die hier wieder. Nö, ich habe ihn erst mal getötet. Oh, ich bin tot. Da kommen noch ein paar. Zwei links um die Ecke. Shit. Ja, ich hatte keine Mund mehr im Lauf. Gott, ich will nicht so kratzen. Ich steige da wieder ein. Oh. Boah, warum dauert das so lange, Alter? Was? Nicht die... Na, hier. Hier, komm. Das ist Krieg. Der ist dann zu Ende, wenn er zu Ende ist. Ach, das gibt's doch nicht, dass ich den... Wer, der wird angegriffen? Danke. Ah, ich hänge gerade noch... Nein! ... da rum, sogar. Ich werde beschossen. Ah, du wirst beschossen. B... Oh, von da. Das ist... Oh, das ist unglünstig. Du nicht. Der liegt da im Gras. Der liegt im Gras. Ich muss... Ich muss... Oh, Mann. Das gibt's doch nicht! Ah! Die vermehren sich da. Ja, Mann. Das ist so krass. Die poppen sich und auf einmal... Plup, 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 plup. Das ist wie wenn... Wenn Gremlins nass werden. Fuck. Okay, C oder A? A. Bin bei A eingestiegen. Bin bei A eingestiegen. Und renne in der Granate. Oh, da ist ein Tank. Das war eine glorreiche Idee. Scheiß Fußgänger. Da ist er! Der ist links. Links ist der Fußgänger. Ja. Das ist ja schon die ganze Zeit, Mann. Und Sniper oben. Und ich hab... Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab ihn mit der Granate gekillt. Aaaaaah! Da im Gang ist einer. Er hat mich. Links. Ja, ja, das bin ich nicht. Ist tot. Ah, vielleicht krieg ich dich? Danke. Aaaaaah! Ich renn mal hier hinten rum. Ich komm von hinten. Komm von hinten, sagst du? Na, die kommen aber auch von vorn. Oh, ei, 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 ei. Fuck you! Scheiß Hopper. Gibt er nicht. Musstest du den nur mit ins Messer? Ja. Ja. Nee, aber ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht getroffen, wenn ich ihn... Wenn ich versucht hätte, hätte, ihn zu erschießen. Ich bin, glaube ich, jetzt... Api... Api-Güste... Äh, Schwüste. Oh, shit, sorry. Api-Gese? Ja. Hab einmal mal mit der RPG reingehalten und hab jemanden gefötet. Ich hasse diese Scheiße! Dieser Kack-Spawn-Kack-Kack. Ah, wieso sind denn da so viele wieder? Und mit allem Scheiß sind die da. Gibt er nicht. Boah. Wieso schüttet denn der nicht? Kriegt die Krise, Alter. Da sind noch ein paar. Oh, wie, damit das macht Will zu mich verarschen? Ich, äh... Ah. Ah! Bitte, GVO... Oh, guck, jetzt geht's ziemlich schnell. Jetzt haben wir schon 100 Tickets vor. Wo sie... Wo sie... Ah! Bin bei Ah! Diesmal wieder, als was Vernünftiges. Was? Ah! Diese 320! Scheiße! Gut, doch, seh! Ah, da ist noch einer im Gang. Achtung! Einer im Gang, zwei auf... Ne, zwei im Gang, einer in der Straße, auf der Straße. Und Sniper. Ja. Ich renne jetzt rein. Okay. Hab einen. Gebt ihr Feuer Schutz? Sonst keiner mehr da. Ich renne wieder außenrum. Bin dabei. Hey! Kudai, Dürasch! Okay. Hoch. Straße hoch. Ich bin tot. Direkt hier um die Ecke. Ich bin wieder tot. Ja, steht da oben mit einem Hambi. Das ist der gleiche, der vorhin auch schon auf der anderen Map die ganze Zeit da hinten stand. Alter, es gibt so krasse Noobs, Alter. Ich hatte letztens wieder 10 zu 0. Ich bin bei B. Ich auch. Gang, fuck! Wie geht das? Ach, die waren zu zweit. Okay, da ist noch einer im Gang. Und der ist... Ich bin tot. Und da sind zwei im Gang. Was? Wo? In den Gang richten Szenen. Bin ich gleich bei dir. Hab einen. Ich bin tot. Fuck. Ich glaub, der Pop... Ja, Popmaster ist... Ist der da? Oh, ist ja gut. Und du nicht der bei dir. Und zwar jetzt. Lebe! Meine Fresse. Ey, wenn das Rätsel nicht funktioniert, war das ist... Was? Er schießt ihn! Nein! Das gibt's doch... Das ist einfach nicht möglich! Ich hätte die alle so töten können, hätte ich nur... Munitionen... Ich konnte ihn nicht messern. Da war ich wieder zu geil ausmessern. So, zwei tot. Medipack stellen. Pistole nachladen. Hauptwaffe. Voll. Basti. Lecken. Links um die Ecke. Ah! Gut, ich geh... Ich geh die andere Seite lang. Pass auf! Was? Warst du das? Bist du auf mich zugespielt? Ja, ja, ja. Ich dachte, es wäre ein Gegner! Ah! Titt, Mann! Steig aus, Alter! Steig aus! Steig aus! Nein! Natürlich ist da jemand hinter mir. Jetzt steig doch aus, wo ich tot bin! Ja, natürlich! Ich komme bei dir rein. Hä? Ah! Was? Ich komme nicht bei dir rein. Habe ich gemerkt. Ich glaube, ich komme gleich wieder. Nee. Da kommt der Panzer. Ist ein Tank. Bitte nicht retzen. Bitte nicht retzen. Danke. Ich komme als Pionier rein jetzt. Bei B. Nee, bei dir. Vorsicht. Ich habe ja jetzt was gegen Tanks. Ist nicht kaputt? Jetzt aber. Danke. Ich lebe ja noch. Jetzt nicht mehr. Mega gut. Was war das denn? Kann dich nicht retzen. Der Tank hat sich... Der Tank hat sich plötzlich vor mir Luft aufgelöst. Der war einfach weg. Um mich rum war Explosion. Ah, wie schön. Ich bin seltsamerweise nicht echt gestorben. Ah! Straßenseite! Andere Straßenseite! Wo der Tank war! Vorsicht, da ist ein Medic. Ich gehe die andere Seite lang. Ey, dieser Moskitsch, Alter. Der muss weg. Er ist jetzt fast bei B drin. Ah! Und ich werde von hinten erschossen. Scheiße! Ist doch kack... Ich gehe bei B rein. Ich gehe bei B rein. Der ist nicht mal hinter mir hergehöhnt. Nein! Ich bin gleich wieder als Medic drin. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich bin wieder da. Sind die immer noch Gegner? Nein, nein. Die Gegner sind tot. Was? Direkt vor mir. Direkt vor mir hier im Busch. Wo ich gestorben bin. Schieß einfach. Ja, ich habe ihn. Maxi! Apropos richtige Noobs, ne? Sniper gegenüber! Alter, das gibt es doch nicht! Oh, ich habe sie überlebt! Ich habe sie überlebt! Fick die Hände, wie gut! Habt ihr in dem Haus gegenüber? Oh, fuck! Haben wir einiges, ja. Das ist unser Tank! Wir haben einen Tank direkt bei Ape. Was war das? Was war denn das? Unser Tank. Weiß nicht, lass mal ein A holen. Oh, wir haben gleich gewonnen. Ja. Was? Weil mir so gut sind. Weil mir so gut sind. Da hockt er. Da hockt er. Einfach hinten drin. Und campt den ganzen Tag. Den ganzen fucking Tag. Ja, Broma ist echt so ein Camper. Das ist echt schlimm, Alter. Der hat mich vorhin mit zwei Smuffs getötet. Und jetzt die ganze Zeit nur irgendwelche solche Behinderten. Camping-Kills, aber genauso Maxi. Null. Weg damit mit dem Schiatt! Tja, und warum habt ihr verloren? Weil ihr Camper in der Mannschaft hattet. Noobs seid, Alter. Das ist unglaublich, was für Noobs ihr seid. Oh, bei Battlefield 4 wird das so krass. Ehe ich mich da eingeschwitert hab. Weißt du, was meine Freundin gestern Abend gesagt hat? Dass du einen kleinen Penis hast? Ne, das hier. Weißt du, was meine Freundin gestern?